ja salve zusammen und herzlich willkommen zurück liebe strategie freunde heute geht es wieder mal weiter mit battle all 2 ihr wisst ja bescheid der kampf um kromos heute sind wir schon bei karte 17 angelangt wir sind so langsam auf der zielgeraden karte 17 ist eine etwas kleinere karte aber ich finde die ist sehr gut gelungen gehen wir mal rein und schauen uns die karte direkt an so das immer auch schon hier kommt die mission satelliten verbindung aufklärer entdecken kürzlich sammelpunkte einer neuen kai armee diese wachsende armee ist zu zerschlagen in wenigen stunden wird sie in der lage sein unsere bereits befreiten gebiete nachhaltig zu gefährden gut die diensthabenden operatoren sind angewiesen das ziel der vernichtung aller kampfanheiten kurz vor ende des krieges nicht aus dem sinn zu verlieren interessant auftrag vernichtung aller feindlichen kampfeinheiten also ganz einfach wir müssen alle kampfeinheiten des gegners ausschalten wie gesagt hat ist keine besonders große karte aber eigentlich alles in allem finde ich die karte gelungen erfrischend kurz diesmal so hier mal rein und legen auch direkt los ja verschaffen uns erstmal kurz im überblick die info zeigt die herausforderung heißt die karte wir haben 16 runden zeit 25 landeinheiten haben war zwei parteien blau und hellgrün wir sind natürlich die blauen hier unten sind unsere einheiten überblick eine fabrik haben wir 12 material 13 energie gut da kann man was bauen drin ist klar ja was kann man bauen gucken wir mal sieht ja gut aus wir können auch versorgungseinheiten bauen das ist ja schon mal gut snake panzer sehe ich da das ist gut so hier oben haben wir eine kleine truppe an der stadt hier oben und hier sind unsere haupteinheiten die haben wir auch eine planung wieder fangen direkt an wir bauen direkt mal eine brücke so meteorologische sektion kurze wetter beruhigung blablub danke gisela gute weitsicht schönes wetter alles klar ja freunde also gibt gutes wetter ich glaube wetter wechseln der karte gibt es hier nicht und dann verlieren wir auch keine zeit und legen direkt los wir müssen als erstes hier mal unsere aris in stellung bringen der computer hat natürlich mehr einheiten als wir das ist klar hier ist ein buggy der ist unvorsichtig den greifen direkt an da kennen wir nichts den schalten wir nämlich auch direkt dann aus zack komm her junge krachte es und er war weg so den fahren wir zurück und hier haben wir noch trolls die schicken wir auch mal mit hier rüber vielleicht können wir da unten durch den wald vorstoßen unseren sting nehmen wir mit nach hier oben und hier werden jetzt mal eine kleine verteidigungs linie einrichten aufbauen um diese stadt damit wir die nicht verlieren da müssen wir nämlich gleich unsere einheiten reparieren drin ja rundenmäßig ist das hier ein bisschen knapp bemessen die zeit also wir können uns nicht viel zeit in der verteidigung lassen wir müssen eigentlich direkt in den angriff übergehen und schauen dass wir ihn hier niederringen so hier oben laden wir mal ein da ist ein radarpanzer von ihnen den versuchen wir jetzt auch direkt mal auszuschalten erstmal mit dem hier und mit dem anderen klemmen wir dann benutzen wir wieder mal die klemmtechnik die ist ja hinreichend bekannt hier bei dem spiel das müsste jetzt auch klappen hoffentlich mal klappt noch nicht ganz ist nicht schlimm wir haben aber auch noch eine infanterie da stehen die setzen wir jetzt auch direkt ein so zack der orion ist die schichte er kann jetzt schon mal nicht mehr so weit gucken das ist schon mal gut man muss dem feind ja immer erstmal die sicht nehmen wenn er nicht weiß wo er hinschießen soll dann ist das auch erstmal gut so dann lassen wir ihn mal ziehen ja mal schauen was er so treibt aha da kommt direkt ein sting von ihm an ja und der ranger jetzt unvorsichtig wumms der hat sich selbst eliminiert das war ja schon mal hervorragend so er hat ja in der karte hat er viele artillerien über die karte verteilt ich glaube vier oder fünf stück sogar teilweise archimedes teilweise aber auch wie ihr gesehen habt diese schweren pulsar geschütze die ja auch besonders gefährlich sind ne oh hier kommt noch ein ranger an ja unser troll ist jetzt schon etwas angegriffen hier da müssen wir aufpassen ein bisschen auf den ja also wie gesagt wir haben nicht viel zeit bei der karte hier wir müssen eigentlich direkt von anfang an möglichst in die offensive gehen so den ziehen wir mal in den wald hier runter angreifen tun wir lieber mal nicht und dann gucken wir mal mit den technotracks hier können wir vielleicht vielleicht haben wir glück oder glück ist auf unserer seite gut ja so haben wir mit dem school haben wir keine ziele das ist klar die mine ziehen wir hier zwischen zum blocken dann fahren wir mit dem buggy wieder ran der hat ja noch eine rakete hat die baggis besonders aufpassen die können wir nämlich nicht nach produzieren das wäre sehr ärgerlich wenn man die verlieren würden so und jetzt guck mal hier mal was machen wir hier mit dem stinger wir haben auch noch ein buggy ja den könnte man auch direkt versuchen wir hier seine stinkpanzer direkt auszuschalten oder zumindest mal stark anzuschlagen dass die keine große kampfkraft mehr haben hier haben wir die ari ja der planung mit dem ja wir bauen eine brücke über den see drüber dann können wir besser mit unseren einheiten vorrücken das spart uns vielleicht ein bisschen zeit und hier fahren wir direkt ran und füllen unsere buggy wieder auf guck mal was können wir produzieren ja wir bauen mal einen munitionstransporter zuerst ne wir können auch ähm ähm tanker wieder bauen das ist auch gut aber den braucht man nicht mein munitionstransporter ist erstmal wie ich dir so hier moment besser wenn wir uns kriegen wir den mit ja die den buggy kriegen wir mit der ari rein und schießen wir erstmal ordentlich an und mit dem sting schalten wir dann den ranger aus ja da kann ich schon mal erfahrung sammeln wenn die stingpanzer gute erfahrung also volle erfahrung haben dann sind ja wirklich gut und mit dem snake erledigen wir den rest hier das hat auch geklappt so ja den zimmer auch mit herunter den einen vor mit dem ja mit dem gehe ich wieder zurück ich glaube der wird nämlich gleich versuchen da oben unsere stadt einzunehmen und vielleicht können wir da die ein oder andere infanterie einheit von ihm abgreifen wenn er da etwas unvorsichtig ist hier bringen wir unsere zweite ari in stellung schützen mit dem panzer ab einen schweren kampfpanzer fahren wir mal hier runter mit dem anderen machen wir wieder zu so ok ja den zimmer vor kann man direkt noch mal tanken das ist schön und jetzt lassen wir ihn direkt wieder dran hier kommt schon wieder ein stingpanzer ja seht ihr habt in dem streck die stadt da oben eingenommen ja das ist nicht so gut wir haben jetzt schon einen technotrags haben wir jetzt schon verheizt hier das war natürlich nicht im sinne des erfinders hier kommt nason angeprescht der kann auch zweimal angreifen weil er unsere einheit nicht gesehen hat und dann greift er automatisch alle einheiten die dann um ihn rum sind an wenn er die nicht sieht oh dann ist aber auch ja mit der stadt zurück erobern hat wird jetzt doch nicht so einfach wie ich mir das gedacht hatte da kommen nämlich tatsächlich doch nur jede menge schwere kampfpanzer von ihm an ja so ganz einfach ist die karte nicht ich habe auch schon mal die karte hier gespielt muss sagen bin ja muss ich ehrlich zugeben die haben mit dem fahren jetzt erstmal oben ran man kann hier nämlich schon nicht aufpasst kann man hier doch ganz schön sich eine blutige nase holen mit dem nehmen weil die stadt wieder einsorgt sagt ja man kann sich muss man man muss hier auf die runden achten die 16 runden sind wirklich ultra schnell vorbei und dann steht man da und macht ein doofes gesicht wenn man nicht alle einheiten vernichtet hat von ihm so naja aber nichtsdestotrotz jetzt fangen wir mal erst mal an mit unseren aris hier anzuschießen erst mal das nason hier raus nehmen wir versuchen es mal rauszunehmen fangen wir mal vor wir greifen wir schießen uns jetzt erst mal auf sein nason ein das ist jetzt erstmal das wichtigste ziel was wir hier raus nehmen bevor das hier unsere einheiten anfängt kurz und klein zu ballern und dann hat die klappt wir haben noch nicht mal als einen kampfpanzer verloren ist gut so ja wie schaut sie unten aus hier sind unsere baggies hier haben wir den kampfpanzer ja wollte ich jetzt das ding angreifen bin dabei den hinterhalt rein gefahren hat war nicht gut aber okay naja so in dem müssen wir auf jeden fall jetzt mal zurücknehmen und jetzt kommen noch mal die baggies zum einsatz ich will hier möglichst schnell müssen wir versuchen das ding panzer auszuschalten das ist das wichtigste ziel was wir hier verfolgen erst mal die mine vor zum blocken den dahinter dann greift man im streck noch mal an dann haben wir schon mal einstigen haben wir schon mal auszuschalten gut okay ja das ist eine schnelle karte hier da kann man richtig gas geben das macht also freude diese karte wieder keine langwierige zähe schlacht sondern ein schneller schlag wird hier von uns durchgeführt gegen diese neu aufgestellte kai armee die uns da bedroht so den nehmen wir zurück ziehen wir den kampfpanzer zwischen und die die flanke machen wir mit dem mit der infanterie zu ja so ziehen wir den auch mal mit ran hier die können wir bestimmt gebrauchen den hier auch der planum fährt weiter kann hier unsere brücke mal fertig stellen sack das hat geklappt ja hier oben sieht die lage nicht so rosig aus hier müssen wir gucken den müssen wir auf jeden fall zurückziehen vielleicht können wir den retten aber da sind sehr viele schwere kampfpanzer unterwegs das wird also nicht einfach so ja das ist diese armee das ist natürlich wirklich die hat jetzt schon richtig erfahrungen gesammelt oh jetzt fangen die hier oben auch mal an zu ballern ja also er hat schon einige artillerien versteckt hier übers feld ja so viel dazu die infanterie konnten wir leider nicht retten ja das ist schade ist aber nun mal so unser snakepanzer der kriegt auch richtig einen drüber hier also die ersten runden sind hier entscheidend bei der karte man muss halt gucken dass man möglichst schnell vorwärts kommt wenn er seine kampfpanzer hier verheizt hat müssen wir direkt in die gegenoffensive starten und oder hat an sinus und dann möglichst schnell die offensive zu gehen weil wir nicht so viele runden zeit haben hier so der hat keine munition mehr müssen verdammt aufpassen der hat zwei ja so wisst ihr wart die sind noch voll ja jetzt sind hier schwere entscheidungen zu treffen schießen wir erstmal mit den aris vielleicht können wir da noch einen schweren kampfpanzer von ihm rausnehmen das wäre gut so die schießt auch noch mal ja ja komm wir schießen den kampfpanzer hier zu bruch dann ist er schon mal weg was weg ist brummt nicht mehr sagt man so schön so hier oben müssen wir jetzt mal gucken wie immer hier weiter vor ja der war voll so das ding ja den ziehen wir mal hier und greifen dann oder ist schon archimedes von ihm sehe ich gerade schnappen uns hier mal die infanterie da ist schon ein archimedes der hat nur noch einen der ist naja so lala den müssen wir direkt wir müssen den direkt angreifen er darf sich gar nicht er darf gar nicht erst in die position kommen sich auf unsere einheiten einzuschießen ja wie bereits erwähnt wir haben leider nicht so viel zeit hier mehr das ist so ist es nun mal hier in der karte das ist so jetzt noch mal was machen wir mit unseren baggis den einen müssen wir auf jeden fall irgendwie füllen ja fahren wir mal hier oben ran fette beute zweimal sinus fantastisch einen konnten wir auch direkt ausschalten mit dem macht er jetzt nichts mehr der muss zurück ganz dringend aber erstmal müssen wir den hier füllen und dann greifen wir mit dem hier auch noch an und versuchen auch direkt seinen zweiten sinus rauszunehmen oder oben ist die arie da haben wir sie gesehen zack ja ok hat leider nicht ganz funktioniert ist aber auch erstmal nicht so schlimm den haben wir schwer angeschlagen den würde er dann zurückziehen so und den nehmen wir zurück und dann ziehen wir hier noch den troll dazwischen der kann dann blocken damit sein stinkpanzer da nicht rankommt so ja hier war noch einer drin den ach ja wir müssen mit unseren ressourcen haushalten aber wir reparieren ihn trotzdem mal ziehen ihn wieder raus und den nehmen wir mit hier hoch und mit dem ja der hat zwar nur noch einen vielleicht kann er aber der arie nur einen drüber geben ja ok er nimmt natürlich auch nur einen raus mehr war da jetzt auch nicht drin irgendwie habe ich das Gefühl aber ok so der war noch relativ stabil der ist auch noch das ist ok ja der war schon angeschlagen der war voll so so den ziehen wir mal angreifen aber nicht an das wäre selbstmord und dann versuchen wir den hier mal so ein bisschen einzuklemmen wir müssen möglichst schnell gucken dass wir hier seine kampfpanzer rausnehmen das ist äh wirklich wichtig so den fahren wir zum reparieren dann ziehen wir den mal vor das ist ja ein munitions transporter die sind ja gut gepanzert so den ziehen wir hier hin so ja der kann ja was sollen wir da machen so gut ok bauen wir noch mal was ähm wir können auch noch ein paar snakepanzer bauen da bauen wir jetzt auch mal zwei stück von das ist gut so und dann moduswechsel lassen wir ihn ran ach seht er nimmt die stadt wieder direkt zurück da können wir dann gleich oh da war er unvorsichtig den haben wir hier sehen da hat er mit dem archimedes durch den wald gefahren den können wir uns gleich direkt schnappen ja hier die kampfpanzer die greifen natürlich jetzt auch und jetzt verlieren wir wahrscheinlich noch eine infanterie aber das ist nun mal so ja er kennt das prinzip des clemens kennt er auch wie ihr seht ok kommen wir aber mit klar infanterie zu verlieren ist erstmal nicht so dramatisch das kriegen wir schon hin so jetzt feuert die ari wieder ja wir müssen unbedingt gucken dass wir seine samurai panzer hier erledigen das ist total wichtig so den hier können wir reparieren dann ist der auch wieder voll auf der höhe der hier fährt zurück der muss repariert werden der war schwer angeschlagen der Stinger der hat nur einen schuss hat der ja ok wir greifen seinen stinkpanzer an erstmal immer hier die fernkämpfer ausschalten kennt ihr auch schon alle von den vorhergehenden maps den ziehen wir zwischen und greifen auch an ja so lala und die ari die nimmt ihn endgültig raus hier so dann kann er mit dem schon keinen unfug mehr treiben so ok jetzt müssen wir natürlich gucken dass wir hier unsere ari wieder ein bisschen schützen gleich aber zuerst nehmen wir noch hier seinen archimedes raus ja oder klappt gut ja und dann nehmen wir auch direkt wieder die stadt zurück das geht hier so ein bisschen hin und her die stadt ist hart und kämpft ehre dem rom und hier können wir jetzt unsere neu gebauten snakes die können wir jetzt dazu verwenden um unsere ari zu schützen zack und den nehmen wir wieder in die verteidigungslinie zurück so die sind auch schon angeschlagen die beiden der hat noch eine einen schuss hat der jetzt müssen wir gucken was machen wir damit irgendwie müssen wir da drüben sein archimedes ja mal bekämpfen ja machen wir erstmal mit dem buggy hier würde ich behaupten ja da oben sehen wir wieder seine ari zack wow ok das hat auch gut geklappt also wir haben jetzt schon einen haufen artillerie von ihm ausgeschaltet das hier zu weit geht das ganz gut und ähm ja mit dem buggy fahren wir mal hier hin da können wir die infanterie angreifen die hat jetzt auch schon schwere verluste erlitten dann hier hin und füllen wir dürfen haben hier nicht viel spielraum für fehler das ist bei der karte so ne das ist Fakt ne die reparieren tun wir den nicht den ziehen wir einfach nur wieder raus und ihn hier den fahren wir zurück er hat da oben ja keine Infanterie mehr kann die Stadt nicht mehr einnehmen mit dem gehen wir weiter vor und er hier kann sich versuchen da unten mal durch den Wald durchzuschlagen und der troll geht hoch und greift den Algol an und sagt das hat auch gut funktioniert also wir haben eigentlich einen ganz guten Start der 10 hier liegt hier würde ich behaupten ähm und können dann gleich unsere Offensive hier starten ja baum tun wir erstmal nix wir müssen mal ein bisschen sparen müssen gleich einen Haufen Einheiten wieder reparieren da können wir nicht alles direkt in neue Einheiten stecken müssen ein bisschen haushalten wie gesagt mit der Energie hier ja also das hier ist wirklich eine der interessanteren Karten wieder ja sind auch sonst noch interessante Karten aber das hier ist wirklich eine Karte wo ich sag das ist da muss man schnell vorrücken entschieden vorgehen das ist klar ist halt jetzt nicht so ein langes Ding wir sind halt hier aufgrund der Runden Begrenzung da uns nur wenig Zeit bleibt sind wir eben dazu angehalten hier einen schnellen Vorstoß zu machen so den Sting den nicht an komm füllen nicht angreifen den Sting bringen wir wieder auf die Höhe ähm ja der hier der ist auch gefährlich den können wir mit dem Sting uns mal krallen vielleicht klappt das der Sting ist schon relativ gut erfahren noch nicht ganz aber ok ja dann greifen wir mit dem hier hinterher an so zack ok schon wieder einen Kampfpanzer rausgenommen von ihm jetzt lassen wir noch mal die Aris ballern schnappen wir uns erstmal hier oben Infanterie wieder und die andere Ari die schießt hier seinen Kampfpanzer hoffentlich zu klub ja das klappt auch unsere Aris sind jetzt gut erfahren jetzt können wir gleich den Vormarsch hier beginnen so der war gefüllt den habe ich beim letzten Mal vergessen rauszunehmen ist aber nicht schlimm das kann in der Hitze des Gefechtes schon mal passieren so und den müssen wir jetzt reparieren leider das kostet uns zwar viel Ressourcen aber ok müssen wir halt machen den nehmen wir ja da kommt ein Troll ja den nehmen wir lieber zurück ein bisschen ihn daneben so die Buggys ja wenn ich wüsste wo hier irgendwas steht wir haben leider keinen Orion wir können wenig aufklären müssen uns da auf die Aufklärungsreichweite unserer Buggys verlassen aber wir stoßen jetzt direkt vor hier das lange Zeit können wir uns nicht lassen oh da ist noch eine Aris sehe ich gerade das die müssen wir uns auch krallen aber zuerst werden wir hier erstmal den Sting ausschalten ziehen wir den hier ja wo ziehen wir den ran da oben kann ich wenig sehen ich habe da ein bisschen Befürchtung nicht dass wir da irgendwo rein rauschen ich will meine Buggys auch nicht dem Artilleriefeuer aussetzen selbst unerfahrene Artillerien können so einem Buggy großen Schaden bei so einem Buggy großen Schaden anrichten das ist also wenn der auf freiem Feld steht schon gefährlich zack so ok wir können ihn ja noch zurück ziehen ne können wir nicht das war jetzt natürlich ja das war amnächst jetzt kann die Ari unseren Buggy angreifen aber ich glaube nicht dass die auf einmal schafft die hat ja noch keine Erfahrungspunkte dann können wir ihn gleich nochmal reparieren also das ist nicht so schlimm ist das so hier ziehen wir auch mit dem ziehen wir auch mal da rein und hier unsere Infanterie die geht mal auch hier unten weiter vor hier unten ist nämlich irgendwo noch eine Stadt glaube ich so dann lassen wir ihn mal wieder zeig was du drauf hast Junge so da ist er im Hinterhalt gelaufen ok naja seht ihr greift direkt an wow was war das denn die hatte doch ja keine Erfahrung wow ja ok da seht ihr mal ich habe es gerade gesagt auch nicht erfahrene Aris die können tatsächlich mal so ein Buggy hier auf einen Schlaf weg kloppen ok jetzt sind wir aber wieder dran ja das hier ist jetzt aber wirklich so eine Helden Ari die knallt uns den Snake auch direkt weg vielleicht weil die da in der in dem in dem in dem Schützengraben drin steht also das habe ich ja noch sowas habe ich jetzt noch nicht erlebt ne so jetzt greifen wir mit dem aber an ne neu starten tue ich jetzt nicht ich habe gerade mal kurz aber ist jetzt auch egal wir haben jetzt einen Buggy verloren dann ist das nun mal so ok aber das war jetzt äh schon äh hammermäßig tja so der Sting fährt auch vor der nimmt sich da oben den Troll vor ja also echt Freunde da bin ich sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt also da komme ich jetzt kaum drüber die doofe Ari die hat jetzt da wirklich reingeholzt aber in allerfeinster Manie naja ok aber wir kommen trotzdem gut vor das ist kein Problem haben jetzt einen Buggy eingebüßt das macht die Sache jetzt zwar etwas schwieriger aber wir bleiben trotzdem dran und äh bauen auch noch direkt einen Ranger hinterher ja das ist also das war jetzt ein bitterer Schlag ne ich hoffe nicht da da oben jetzt noch irgendwo ein Iron Star geschützt stehen hat äh ich habe das ja nicht mehr jetzt so in Erinnerung hat er jetzt da oben nur eins oder nicht das weiß ich nicht aber okay das äh ist jetzt das werden wir dann jetzt gleich rausfinden ne so den ziehen wir wieder auf die Brücke damit sich hier unten keiner vorbei sneaken kann ja das ist da seht ihr mal so schnell kann das hier hin ne so hier haben wir eine Menge Einheiten drin ja gut den können wir jetzt natürlich nicht mehr voll auf volle Gruppenstärke bringen ja Energie haben wir jetzt leider keine mehr wie gesagt man muss hier ein bisschen haushalten mit den ganzen Fjuren ne das ist so ist das nun mal so jetzt haben wir glaube ich aber nur eine Artillerie die wir da unten ausschalten müssen die auch irgendwo da unten in die Bürge drin steht da bei diesem äh bei der Mine die da unten ist die finden wir auch so guck mal hier oben war hier oben nochmal zum Einnehmen ne da war nichts zum Einnehmen und dann fahren wir jetzt auch direkt vor hier ähm und klären auf zack da sehen wir sie das war wichtig mit dem Alkohol können wir direkt eine verbraten das war gut ja das ist eigentlich so eine actionreiche Karte ich muss sagen also da haben sie wirklich eine super Karte hingelegt hier die ist wirklich da muss man dranbleiben dann ist das Spiel so ein bisschen das äh die ist schon wieder richtig gut ne das Spiel das hat so seine Höhen und Tiefen ne ähm naja ok so ist es nun mal und hier ziehen wir den mal ran so zack und die Ari laden wir dahinter aus nicht dass da einer auf einmal vorprescht jetzt müssen wir ein bisschen äh die Sache hier ein bisschen safer runterspielen ne ein bisschen safe bleiben zack ups jetzt nur nichts überstürzen er hat jetzt nämlich glaube ich keine Ari mehr da oben äh hinter dem Fluss hat er keine mehr stehen ja da kann glaube ich nichts mehr passieren so den nehmen wir auch mit der zieht auch mit vor jetzt machen wir hier ja Großoffensive zum Ende der Karte zum Ende der Karte also wir sind ja ähm ja so die entscheidende Phase ist jetzt überstanden ne das ging eigentlich relativ gut hier haben wir noch einen Snake drin den nehmen wir auch mit so was haben wir hier noch drin ja die können wir zwar leider nicht mehr reparieren da haben wir zu wenig Energiepunkte den hier könnte man noch reparieren leider auch nicht auf volle Gruppenstärke aber das muss jetzt so auch gehen das wird auch so klappen gehe ich von Haus so den nehmen wir auch noch mit Versorgung ist wichtig kennen wir ja das ist eigentlich eine coole Karte so da oder unten kommt noch eine Infanterie ange an Schlawinat hier kommen auch keine die ganze Zeit keine Meldungen irgendwie das ist eigentlich ganz gut gemacht ne der Spielfluss wird nicht unterbrochen wir können hier richtig loslegen ungestört so da lassen wir die Arima schießen die kriegt da oben die Mine rein Kladderer Darch so er hier fährt zurück und nimmt die andere Ari auf die müssen wir jetzt auch schnell an die Front transportieren wie gesagt hat er da oben ich glaube ein Eins da geschützt hat er auch nicht sonst hätte er damit jetzt schon geschossen so hier unser Buggy der schnappt sich die Infanterie die Troll da sehe ich auch schon seinen Sinus wieder so aber erstmal zurück so und er rückt auch vor ja so ich glaube er hat da oben noch ein Skull müsste er da oben haben so hier laden wir mal was ein das Skull geschützt kann er nur über drei Felder schießen das ist nicht so schlimm ein Eins da wird das da oben nicht sein aber er wird da oben wahrscheinlich auch noch eine Rune haben so den fahren wir mal hin der kann tanken auffüllen tanken muss der auch nochmal so hier hatten wir nichts mehr alles klar ja hier oben war nichts mehr zum Einnehmen da habe ich mich vertan ich dachte da oben wären noch irgendwas gewesen so der Snake da war nichts drin hier war auch nichts drin und hier hatten wir einen einen Infanteristen noch drin ja den müssen wir uns jetzt gleich mal schnappen bevor der da irgendwie anfängt in unsere Städte rein zu latschen da muss ja da müssen wir mit dem Buggy klären aber den müssen wir zuerst mal aufmunitionieren haben wir aufgepasst Gott sei Dank so ähm der fährt weiter vor zack ah da ist auch das Skull ja ich sehe es schon alles klar ja der auch der hatte die Infanterie drin ja das war der Richtige der nimmt die Stadt ein Klim Bim Ehre dem Rom also die Wetterbedingungen bleiben gut hier auf der Karte das ist schon mal schön so ja der hatte ja der hat keine Munition mehr da müssen wir ein bisschen aufpassen so der schießen wir schießen erstmal nehmen wir erstmal hier oben nehmen wir den Munitionstransporter raus der ist zäher als so eine kleine Infanterie nun hier der erledigt so ein zack wunderbar hat die klappt keine eigenen Verluste das sind die besten Kämpfe so ja der müsste aufgefüllt werden zack und dann kann der ja Moment wir machen aber ganz sicher gehen wir und füllen den Treibstoff auch noch da fährt er hier hin und knallt dem Sinus eine drüber zack klasse ja das da unten da ist hier warte den müssen wir auffüllen ja ne den hatten wir schon gefüllt gut der kann dann hier die Infanterie da unten abknallen das ist gut zack auch geklappt so so wie schaut's na wie schaut's hier aus ja bauen brauchen wir nix mehr groß die Truppen da oben die müssten jetzt eigentlich ausreichen um äh voran zu kommen so fahren wir mal hier hin und den ziehen wir ja ziehen wir den mal hier hin dann können wir hier die Ari ausladen ja die laden wir da hin das ist auch gut und den nehmen wir auch mit alle Mann gehen jetzt mit ja und äh bauen braucht man nix mehr ne bauen brauchen wir wirklich nix mehr da müsste man hinkommen mit so jetzt schauen wir mal was er so macht ja er schießt jetzt auf unseren Snake also seine Armee war wirklich in allen Belangen überlegen hier muss man durch überlegene Strategie muss man ihn dann hier halt niederkämpfen das Gute daran ist er benimmt sich sehr berechenbar und sehr dumm wie immer das ist klar so na komm hier die Mine bitte angreifen schafft er nicht ist auch nicht schlimm Kampfpanzer nehmen wir mit und ähm ja hier ist unser ja ne den brauchen wir nicht reparieren das müsste so funktionieren das funktioniert auch so so den müssen wir rein fahren da war nix drin der hier hatte der was drin der hatte die beiden ähm Infanteristen drin ja ich will jetzt ne hier das Gute geschützt das ist gefährlich ich will jetzt da 1 2 3 bis dahin kann es ballern ok ich nehme mal den Buggy mal mit hier runter so der hat ne gute Aufklärungsreichweite Artillerie ne die Brücke zerschießen wollen wir nicht aber hier die Mine die schnappen wir uns das müsste aber klappen ja gut so und hier stoßen wir jetzt vor aber am besten ja der war ach ja wir haben nicht so viel Zeit ich muss jetzt mal kurz mich konzentrieren die Einheiten füllen sonst hier ist das hier in der Hose das wäre nicht gut den Samurai ähm ach der Technotraxier ist auch nicht mehr so fit ne so aber ziehen wir mal die Aria erstmal nach so jetzt ähm nur einen klaren Kopf bewahren nur nichts überstürzen ne erstmal cool bleiben auch in Stresssituationen muss man cool bleiben Freunde ne das wisst ihr selber auch so und der hier ja der fährt vorher runter komm ja wir ziehen da rein oh Mist ja haha direkt reingezogen jetzt verlieren wir nämlich die Infanterie die da drin war das war jetzt natürlich pfff ok so ja ich bis wir jetzt da was gebaut haben und dann rangezogen sind wir bauen noch einen Snake komm ist gut äh man muss das jetzt aber gleich in den nächsten Runden muss das klappen hier ne so ja ok lassen wir erstmal so stehen wir machen jetzt mal kurz äh einen kurzen Stopp hier das kriegen wir auch so in den Griff ne so und jetzt schießen wir komm erstmal er hier zack zwei bleiben über Mist und dann ziehen wir direkt ran und versuchen sein Skullgeschütz hier auszuschalten ja natürlich nicht mit dem Kampfpanzer das war jetzt ein Fehlzug aber ok naja komm dann fahren wir mit dem Kampfpanzer hinterher zack der Buggy ja dann ziehen wir den Kampfpanzer zur Unterstützung mit runter den ziehen wir wieder zurück der Kampfpanzer kann sich da unten um seinen Snake kümmern hoffentlich hat er da unten nicht noch mehr Einheiten stehen aber ich hoffe mal nicht so hier greifen wir den an das müsste funktionieren ja ja so und zurück so die Ari kann auch schon weiter vor fahren und ihn fahren wir auch hier ran aber ich glaube da hat ja der war ja beladen mit den beiden Infanteristen ja die waren auch beide nicht mehr besonders frisch da müssen wir auch beide ausladen so ok kommt wir müssen ja Gott sei Dank nichts einnehmen wir müssen ja nur ähm seine kompletten Kampfeinheiten vernichten so den zieh mal hier ran das Ding hat noch zwei der zieht hier ran und schießt den Kampfpanzer zu Klumpf wenn es klappt so und ähm ja weiter vorwärts zählt hier fahren unsere Truppen auch weiter den nehmen wir hier mit rüber so den füllen wir auch direkt in den Buggy geben wir neue Munition und er hier fährt auch mit hier rüber so da laden wir auch ein und nehmen wie siehts denn aus wenn wir den da oben auch mitnehmen ne eigentlich brauchen wir nix jetzt nehmen wir nur den Snake raus ok jetzt wirds nochmal knapp hier jetzt wirds nochmal knapp jetzt ist er wieder dran komm lass sie hin Junge ja klar so gut wie Schult schießt ja und Zadep hat uns natürlich auf einen Schlag auf vier Infanteristen ist klar hat er keine Erfahrung das Ding deswegen schießt das auch so gut ne so der kann auch noch einmal schießen dann nehmen wir die Mine raus mit ihm hier gut ok er sollte ja da unten den Snake erledigen vielleicht schafft er das auch schon ja nicht im ersten Angriff aber ok nächste Runde der Buggy ist wird jetzt nochmal getankt jetzt tanken wir hier nochmal alle Mann auf der war schon getankt aber der Snake muss noch getankt werden so Vorstoß und Angriff er hat da oben nur Treibstofftransporter gebaut das ist schön besser als Munitionstransporter für uns so hier nehmen wir jetzt erstmal seine Rude raus dann kann er nichts mehr sehen ja und hier greifen wir auch weiter an kommt direkt drauf hier ja hat auch geklappt also das hier ist eine Action Karte vom Allerfeinsten wie ihr seht ne so das war der angeschlagen aber hier der greift jetzt an zack jo zwei bleiben stehen das ist gut dann haben die anderen auch noch was zu tun so da ziehen wir mal hier oben mit ran jo der Snake ähm ja wie kommen wir jetzt am besten seinem Skullgeschütz hierbei greifen wir mit dem Snake an na komm Maken R ja das klappt jetzt aber ne das klappt immer noch nicht glaubt nicht das Ding so zäh wie zäh wie sonst was komm wir nehmen hier unten direkt auch noch den äh Snake raus bevor das schief geht da unten ist keine Einheit mehr das ist okay der hat dann für nächste Runde hat er nochmal einen Angriff das reicht gucken wir mal kurz ja wir sind schon in Runde 13 wir müssen ein bisschen müssen wir uns spurten ähm ganz so einfach ist das nicht also da müssen wir ein bisschen uppassen so ja na komm du hier du gehst da rein und du auch dann fährst du hier runter gut dann werden wir hier nochmal auftanken ja der kommt nicht ran da können wir die Ari noch zwei vorfahren dann können wir mit denen auch nochmal schießen so hier auffüllen gut okay ja der wird eigentlich nicht mehr ins Kampfgeschehen eingreifen wahrscheinlich wir nehmen ihn trotzdem mal mit ne zack so Moduswechsel ja ja gut komm dann schieß doch nochmal nehmen sie auch nochmal was mit ist auch in Ordnung ja da fährt dann nochmal ein Kampfpanzer raus das ist aber auch das ist ja da kümmert sich jetzt direkt die Ari drum ne aber die voll erfahrene bitte damit er doch einen Schlag auch klappt ja so okay und hier greifen wir jetzt entgült es jetzt Bull an das hat jetzt keine Chance mehr und jetzt müssen wir nur noch die beiden da oben irgendwie erledigen ja hier unten war nichts mehr ne hoffentlich versteckt sich nicht da irgendwo noch eine Infanterie von ihm wenn jetzt alles gut geht da hat er noch ein Algol gebaut aber wenn jetzt alles gut geht mach mal den Sack jetzt hier zu so erstmal hier ihn hier der kann den Munitionstransporter angreifen der ist stärker gepanzert so und er greift den Algol an ja Moment aber er hat ja noch ein Algol in der Fabrik müssen wir den jetzt auch noch vernichten wahrscheinlich schon ne oder zählt das nicht wenn Einheiten in der Fabrik stehen das weiß ich jetzt nicht das werden wir jetzt gleich rausfinden ähm zack also jetzt werden wir mal sehen wenn jetzt ja er hat noch einen in der Fabrik stehen den müssen wir uns eigentlich auch noch schnappen ne ne nur die die auf der Karte sind Gratulation sie haben eine Mission erfolgreich abgeschlossen also Einheiten die noch im in Fabriken drin stehen oder Depots die zählen nicht wenn man alle Einheiten vernichten muss gut zu wissen ja haben wir die Karte geschafft super können wir uns hier noch den Abspann angucken ja das ging herzerfrischend schnell ne das war Karte 17 die ging schnell die nächste Karte das wird eine Mammut Karte das wird nämlich die ganz große Karte also da müssen wir eine Landungsoperation machen bei der Karte da rechne ich 5 Stunden mindestens also das wird eine richtig harte Sache aber dann machen wir nächste Woche weiter gut ja Freunde vielen Dank dass ihr zu gesehen habt ich hoffe ich konnte euch etwas belustigen mit meinem kleinen Video hier ich wünsche euch Glück und ein langes Leben macht's gut und vielleicht bis bald wir vielleicht ja aber wir w